Nein, 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 weg, nein. Aber die finde ich jetzt eigentlich... Nein, Mann, weg. Heutzutage haben wir es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der zu uns passt. Nein, nein, nein. Wo lernt man jemanden kennen, wenn die Tüten der Moderne deine Welt immer weiter anonymisieren? Nein, nein, mach die weg. Guck mal, die Augen. Bist du dumm oder was? Nein, weg. Natürlich da, wo alle sind. Im Internet. Bei Jinder. Nein, nein. Bist du dumm oder was?